Was ist das denn, wenn ihr den macht? Und die macht glücklicher, wenn man es mal stimmt. Achso, weiß ich. So, weil es ist weg. Das kann ja werden, wenn man es schon so richtig geht. Wenn es doch schief geht. Ja, aber es ist ja nicht mal jemand, der so zufällt. Ja, fein ich. Das ist ein Scheiß. Nee, ich will es dir doch denken. Nee, ich will es dir doch denken. Ja, ich will es dir doch denken. Stark von Christian Applaus. Zweimal zwei gelöst. Natürlich ist das andere Team jetzt schon ein bisschen weiter, aber die hängen ja jetzt am Timer fest. Jetzt kann Paul aufholen. Stark. Timer wurde gestoppt. Jetzt kommen die Speedtracks. Wie viele Events fehlen da noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt erst mal Pyramix One-Handed. Das kann ein bisschen dauern, aber Paul mit dem Supersault jetzt schon. Das nächste Gruppenmitglied macht sich bereit. Super schnell von Paul. Und jetzt kommt der Keychain. Pyramix auf der anderen Seite gelöst. Jetzt, wow, auf. 2x2. Unfassbar. Okay. Jetzt. Team Blind. Pyramix. Weiter geht's? Weiter geht's? Speedstack. Speedstack. Okay. Nur noch Abbauung. Unfassbar. Schnelle Zeit. 2 Minuten 29. War 8 Sekunden langsamer als das Team vorher. Nee, die waren bei 3,21. War sogar schneller. Okay. Jetzt fehlt nur noch der Pyramix, äh, der Mega-Mirror-Blocks und Timer-Stop bei diesem Team. Mirror-Blocks kristallisiert sich als Angstgegner heraus. Hey. 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 Yasson gibt sein Bestes. Aktuell ist fast geschafft. Natürlich Julio-Ul, also Freund-Case, ULL. Alles klar. Jetzt das Finale. Der Timer. Ja. 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 Zitter Versuch. Fünfter. Jawohl. Heiner starten. Stoppen. Super. Alles klar. Applaus für Team 3 und 4. Team 5 und 6 können sich schon mal bereit machen. , das actress ist ja etwas. Ja. Was ist der Weg? Das ist太 gut. Wir haben hier immer noch 40 im Büro Konferenz 1 LEO. Und drei Konferenz aubleiben. Vielen Dank.